Oder doch, ich habe eine neue Fähigkeit gekriegt, das Upgrade. Jetzt können wir anscheinend Waffen upgraden, wenn wir entsprechend Dingsdas haben. Wir können zum Beispiel jetzt Heavy Metal nehmen und das damit upgraden. Wollen wir das? Schauen wir mal, Attacke, Attacke, was ist unsere schwächste Waffe gerade? Das wären diese Dinge hier. Aber erstmal testen, bevor wir mal in unseren guten Waffen irgendwas vermasseln. Nehmen das Schwermetall. Okay, gut. Nein, halt. Change. Das wollten wir und Confirm, ja genau. Gut, und anscheinend können wir noch mehr Sachen rein upgraden, wenn wir später einen höheren Rang kriegen. Jetzt haben wir den harten Speer. Und der harte Speer hat sich nicht viel verändert. Naja, was soll's. Jetzt erstmal reparieren. So, alle Waffen sind wieder Full Power. Jetzt schauen wir nochmal einen kurzen Blick auf unser Equipment. Super Clown. Harte Axt. Säbelzahn, Säbel und Eisen, Dings da, Dings da. Äh, das was man in der Hand macht. Armband oder so ähnlich, genau. Hand, Armband. Naja, besser als Eisenring. Oder Erzring. War da, meinen die das wörtlich? War das wirklich nur ein Ring an den Fingern? Das erklärt wahrscheinlich, warum er nicht so gut war. So, aber jetzt geht's endlich weiter. Aber hier ist noch etwas, was ich ausprobieren wollte, wo ihr jetzt zugucken dürft. Dieses Karnickel vom Anfang. Erinnert euch da noch ganz, ganz dunkel? Hi, du bist zurückgekommen, um ihn zu kämpfen? Er ist viel stärker. Prepare yourself. Oh ja, gut. Versuchen wir das mal jetzt. Mit unseren neuen Fähigkeiten und Waffensystemen. Rail Rampage Rabbit. Hey, hallo, Kumpel, hier. Hey, das ist tatsächlich besiegbar, hey. Jetzt muss ich nur aufpassen, um mich nicht hier erledigen zu lassen. Ah ja. Ha. Okay, eins, zwei und drei und... Ha. Eins, zwei und drei und... Ah, hausch. Na gut, besiegt. Hey, ja. I did it, yeah, victory. Und schauen wir mal. Ne, wir bekommen ein paar Erfahrungspunkte, Geld, Bonus, XP, weil wir so toll waren. Und wir haben eine Potion gekriegt. Okay, gut. Beim nächsten Mal wird er noch stärker sein. Jetzt habe ich noch mehr Schaden genommen. Und jetzt muss ich mich wohl aussuchen. Na gut, was ist diese Potion? Oh, 500 Trefferpunkte. Na gut. Und die werden wir wohl ziemlich lange behalten, da unsere Maximaltrefferpunktezahl gerade bei 300 oder so und noch was liegt. Und bis da... Das heißt, die Hardleaf Potion ist eigentlich eine totale Verschwendung, die einzusetzen, solange wir nicht mindestens 500 haben. Und sie auch brauchen. Na gut, lassen wir es dabei. Jetzt pennen und dann brechen wir endlich auf. Und da sind wir wieder, der Void-Doktor beim Spielen dieses L-Play Summonial 2 und so weiter und so weiter. Kennt ihr ja inzwischen hoffentlich. Wenn nicht, was macht ihr hier überhaupt? Das ist Teil so und so und so und so und so und zix. Fängt man ja normalerweise nicht von vorne an. Na gut, teleportieren wir weg und denkt nicht drüber nach. Ah ja, genau. Aufgabe für heute. Den zweiten Teleporter finden. Damit wir nicht nochmal diesen ganzen Quatschweg rennen müssen. Ah ja, genau. Zur Sicherheit ja auch mal speichern, damit wir zumindest nur die Hälfte des Weges rennen müssen. Do not turn power off. Naja gut, dann wäre ich ja ziemlich dämlich, wenn ich das machen würde. Selbst auf dem Original Gameboy Advance wäre das hier dämlich. Nach dem Motto, oh, ich bin noch nicht... Oh, Story geht weiter. Gut, später. Hey, Ariel. Glück gehabt, die andere Festung zu finden? Ne, überhaupt nicht. Und wir müssen den ganzen Weg nochmal rennen, weil wir wieder zurück marschieren mussten. Oh, immer noch nicht. Was habt ihr gegen die Geist den ganzen Tag gemacht? Mal sehen, wir sind im Kreis gelaufen, haben Waffen geschmiedelt und... Ach so, eben das. Hey, eine Menge ist passiert. Zum Beispiel, Orin wurde... Pssst, das erzählen wir nicht. Sorry, Tatjana, wir wurden abgelenkt von wichtigen, wichtigen Sachen. Hey, wieso entschuldigst du dich schon wieder? Wir haben ein Versprechen zu Orin gemacht. Erinnerst du dich nicht mehr? Oh, ach ja, stimmt. Wir müssen Tatjana dann hindern, sich über ihn Sorgen zu machen. Okay, dann lügen wir weiter. Über was wispern ihr zwei da? Oh, nix. Na, denkt überhaupt nicht drüber nach. Hab Spaß. Macht überhaupt keine Sorgen. Okay, ihr zwei auch. Übrigens, Gabriel und Seride sind immer noch nicht zurückgekommen. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Genau, darum gehen wir jetzt erstmal nach draußen. Es ist nicht die Windbrigade, es ist die Briesenbrigade. Um gut zu wissen. Na, dann macht's gut. Oh no, ich kann hier einfach nichts finden. Jo, gut. Wir haben auch nichts gefunden. Ich habe gehört, ich habe gelernt, wie man seinen Namen kursiv schreiben kann. Ist das nicht toll? Schau dir dieses Autogramm an. So toll. Du hast Swoopy und Connected. Von dem R zu dem O zu dem C. E-K-Y-Rocky. Hier, du kannst es haben. Du hast mein, ihr habt mein Schwert repariert. Also hier, nimm mein Autogramm dafür. Oh toll, wir haben das Autogramm von Rocky gekriegt. Gut, gut, gut. Jetzt brauchen wir nur noch das von dem Terminator und... Aha, ja, ich weiß. Aber hey, die Programmierer dachten auch, wir wären dämlich genug auf den Witz reinzufallen. Ah ja, ich hau mir eine Axt auf Gemüse ein. Das bringt wohl nichts. Darum wechseln wir zum Schwert. Dumm, dumm, mähnen wir Gras mit einem Schwert. Eine Sichel wäre wahrscheinlich besser, aber hey. Oh, Mutantenkampf. Ach komm, Leute, dafür nehme ich mal meine Klaue und hau euch in die Fresse. Wenn ihr mal stehen bleibt, heißt das. Okay. Das war aber keine gute Idee. Gut, jetzt muss ich denen hinterher springen, weil die Axt wieder so langsam ist. Aber dafür haben wir ein Minimum an Schaden. Das Problem gelöst. Ja, ja, ja. Das nehmen wir noch in der Anti-Erfahrungspunkte-Zone hier. Gut, sammeln wir etwas Leder und flache Steine. Die brauchen wir immer wieder mal. Und... Och, kommt, Leute. Ach, kommt mal her, ihr Ufos. Wenigso bin ich jetzt endlich stark genug, dass ich die Viecher aus dem Weg kloppen kann, ohne mehr Sorgen machen zu müssen. So, jetzt rennen wir mal weiter hier. Ta-da-da-da-da-da. Und... Och, fuck off. Hier sind es vier, ne? Das hilft doch nichts. Ich kann aber immer noch mit zwei Schlägen erledigen und dann gibt's Käfersuppe. Ach, kommt, Leute. Darf ich endlich mal weitermachen? Jetzt seht ihr, warum diese Teleporter, die ihr mal ab und zu findet, so wichtig sind. Sie bewahren einen nämlich davor, den Verstand zu verlieren. Ah... Das ist quasi wie Fantasy Star 3, nur dass die Kämpfe in Echtzeit ablaufen und dass man, wenn man Teleporter findet, die ganzen lästigen Wege überspringen kann. Andererseits wäre es wahrscheinlich noch praktischer, wenn man wie in Fantasy Star einfach sich diese Teleporter kaufen könnte und anwenden, wie man lustig ist. Ja, das wäre noch besser. Dann wiederum, das wäre, die Esker und Telepipes sind ja nur sowas wie Einweg-Teleporter. Die bringen einen nicht zu einem Punkt zurück, wo man weggelaufen ist. In Dungeons und so weiter. Na toll. Kommt, Leute, jetzt stirbt endlich. Gut. Neue Ausrüstung war eine gute Idee. Selbst diese bösen, bösen Wölfe können uns jetzt nichts mehr anhaben. Aber dafür bringen sie uns auch nur noch magere vier Erfahrungspunkte. Ja, aber steckt sich hier nichts drin? Oh, Papier. Gut. Papier kann man immer gebrauchen. Ah, gut. Jetzt sind wir fast geschafft. Sind wieder fast da. Fast. Da. Na gut. Ich vergesse mal, hier versteckt sich nichts. Und jetzt sind wir wieder hier unten. Ach ja, los kommt her, deiner Beatles. Hier speck meine deiner Axt. Mit der Power auf deiner. So. Oh ja, der versucht, sich zurückzuziehen oder doch nicht. Na gut, jetzt. Äh, komm her. Du verdammtes Biest. Na. Oh, löst dich auf. Na gut. Das ist nützlich. Komm her. Ah, gut. Hartleafberry. Die könnten später nützlich sein. Jetzt aber rein hier. Hier sind wir in der Höhle des Höhligen. Stell speichern, damit wir den Weg nicht nochmal gehen müssen, hier. Du, 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 du. Oh, boah ey. Wir haben es fast wie geschafft, wieder in dem Punkt zu sein, wo wir letztens aufhören müssten. Oh, toll. Oh, der erzählt uns immer noch genau das, was wir schon wissen, was mit den Upgraden. Die Spezialattacken werden toll sein, ja, aber vorausgesetzt wir leben lang genug, um die Waffe tausendmal zu verwenden. Aber wir finden Geld. Schwermetall. Bandage. Na ja, gut. Das ist schon mal lustig und nützlich. Premium Paper ist wahrscheinlich auch nützlich, wenn wir das später mal benutzen. Und, äh, uuuh, Attacke. Gelbschleim, Igitt. Okay, die sind aber am Boden. Nehmen wir mal das. So, aber jetzt. Ha, 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 ha. Gott. Hier schmeckt meine Klaue Viecher aus Gelbheit. Das ist mein Schwert. Das Schwert werde ich noch aufbewahren. Damit ich... Oh, Diner ist aufgelöffelt worden. Chainspark, ein neuer Zauber. Dann gucken wir mal Support Magic. Und... Support... Ah, hier genau. Select Magic. Mhm. Enchant Warporn with Water. Aqua Tornado. Quartz Pain. We will shock you. Den können wir dreimal einsetzen. Dann nehmen wir den nochmal. Für den Chainspark sind wir anscheinend noch zu schwach. Darum lassen wir das mal. Oh, das ist doch nützlich. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020